Kennen Sie selbst Lampenfieber? Ich kenne Lampenfieber, ja. Was machen Sie da? Lampenfieber ist sehr positiv und ich glaube, wenn man keinen Lampenfieber hat, dann ist man auch nicht angespannt. Insofern münzt ich das oben in positive Energie und gehe damit dann entsprechend um. Wie fanden Sie die Rhetorik Ihres Chefs? Die Rhetorik meines Chefs? Mein Chef ist eigentlich immer ein sehr spontaner Mensch, der sich gut ausdrücken kann. Und ja, auch auf so einem Panel, denke ich, hat er eine gute Figur gemacht. Woran erkennen Sie, dass jemand sehr souverän und professionell vorne vor seinem Publikum spricht? Wenn jemand sein Metier beherrscht, niemand weiß, wovon er spricht, so wie der Hauptgeschäftsführer vom Bitkom gerade eben, dann braucht er keine Zettel, dann braucht er kein Podium, dann braucht er nichts, woran er sich festhalten muss. Dann redet er frei von der Leber weg und kann sich auch bewegen. Und wenn er in seinem Thema so gut drin ist, dann nimmt er die Zuschauer und die Zuhörer sofort mit, ohne dass die immer darauf achten, ob er nochmal nachliest oder nicht. Dann ist meine Frage, wann hatten Sie das letzte Mal richtig Lampenfieber? Ja, ich hatte vor sehr, sehr kurzem, also vor anderthalb Wochen noch einen Lampenfieber, weil ich in einer zwar sehr kleinen Runde, aber in einem der wichtigsten und gravierendsten, schwerwiegendsten Vorstände Deutschlands komplett gestanden habe, 30 Leute, und dort einen Vortrag gehalten habe und dann anschließend noch eine Diskussion geführt habe. Das war einer der wirklich zufällig, einer der wenigen Momente in den letzten Jahren, wo ich wirklich nochmal Lampenfieber gehabt habe. Kennen Sie Lampenfieber? Nein. Tipp? Feel natural, breathe and practice. In English, yeah, stage fright. No, I don't get stage fright, so. Lampenfieber, is that really the word? That's a great word. Yeah, no, I don't suffer from Lampenfieber. Müssen Sie selbst manchmal Vorträge halten? Oh ja, ich bin Geschäftsführer einer Landesmedienanstalt und da ist das ein tägliches Geschäft. Also ich achte darauf, dass ich möglichst frei spreche, dass ich möglichst auch das, was ich vortrage, wirklich eingesogen habe und auch nicht über Dinge spreche, die ich selber nicht ganz im Griff habe. Da neigt man ja ein bisschen dazu, gerade wenn man mit Folien arbeitet, dass man dann sehr gerne was da drauf schreibt, was man irgendwo aufgegabelt hat oder wo man denkt, dass das so common sense ist. Aber wichtig ist, glaube ich, wenn man vorträgt, dass man weiß, worüber man redet und dann kann man auch gut frei sprechen. Was ist ein guter Interviewpartner für Sie? Was muss der machen? Ein guter Interviewpartner ist einer, der die Fragen zunächst mal beantwortet. Es gibt Leute, die Fragen nicht beantworten, der Zusammenhänge herstellt und auf Podien auch, der sich bezieht auf andere, damit ein Gespräch zustande kommt, was manche tun und manche nicht. Dass Sie kurze Sätze bilden, dass Sie prägnant sind, dass Sie auch mit dem Zuschauer interagieren, vor allem auch mit dem Plenumsteilnehmer interagieren, dass Sie mitdenken. A presentation is like a show. Kennen Sie selbst Lampenfieber? Natürlich, das gehört dazu. Wenn man das nicht mehr hat, dann ist man selbst langweilig. Was ist Charisma für Sie? Ja, eben ungewöhnliche Zusammenhänge herstellen, Interesse wecken. Also ich würde zwei Tipps geben wollen. Erstens, man muss aufpassen, dass es nicht zu warm wird. Der eine hat sehr geschwitzt, also da muss man schon aufpassen, dass man sich entsprechend vorher abtupft. Tipp 1. Tipp 2. Man soll sich nie am Standpult so festklammern, weil dann die Ärmel verziehen, die Sackos. Und das sieht schlecht aus nach außen hin. Und man muss darauf achten, wenn eine Frau so zu klein ist, dass man ein kleines Podest hat, dass man höher kommt. Das war das eine. Was wollen Sie mehr wissen? Kennen Sie selbst Lampenfieber, wenn Sie vor Publikum stehen oder sitzen? Ja, selbstverständlich. Ich habe viel moderiert in meinem Leben und deshalb weiß ich ganz genau. Man muss sich aber entsprechend vorbereiten und dann entsprechend gut vorbereitet in solche Runden reingehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.